Mir kommt das immer hoch, wenn Leute immer sagen, auf Eiderstedt, auf Eiderstedt, das sage ich eigentlich kein Plattdeutsche, sage ich auch ob Eiderstedt, ich wohne ob Eiderstedt. Das hört sich besser an, wenn ich in Hamburg mit wem vermögendem Mann bin und habe hier ein Haus in Eiderstedt, in Eiderstedt und sage dann ob Eiderstedt, das hört sich besser an, für dich, die keine Ordnung haben. Ach, die Sprüche gibt es immer, Eiderstedt ist aus drei Inseln zusammengesetzt, zu einer Halbinsel und die, damals das Ursprüngliche war, die Insel Eiderstedt und da hätte noch nie jemand damals, ich wohne in Eiderstedt, man wohnt auf einer Insel. Später hat sich das hier eingebürgert, von der Landschaft Eiderstedt zu sprechen und da haben viele dann gesagt in Eiderstedt, aber es gab immer genauso viele, die auf Eiderstedt gesagt haben. Ich zum Beispiel sage auf Eiderstedt. Ob früher und ob Platt, ob Eiderstedt? Fängt mir so genau an.